so hier sehen wir eine typische Sturm Artie ohne Munition oder zwei Sturm Arties ohne Munition ähm ja letzter Ausweg rammen also hier sehen wir eine Artie nach hinten rückwärts hochfahren und runterfahren die rammen die jetzt den glaube ich jetzt beide dauern das ist so geil das ist so geil let's fail oh f... oh der Schei ist da zwei Arthies ohne Munition und geiler gehts nummer und wieder rein oh ah die Arte bekommt weniger Schaden als wie der andere als wie der Jagdpanzer das ist zu geil zu bauen ah jetzt kommt der andere oh wie geil oh jetzt brauch ich immer noch was geil hä ich wurd vom Surfer gekickt ja oh ne ich setz down neiiiin Surferwartung aus